Ich kann nicht noch mehr Menschen in Gefahr bringen. Genauso wenig wie Sie. Deswegen müssen Sie das, was ich Ihnen nun erzähle, geheim halten. Auch gegenüber Ihren Teammitgliedern. Denn wir stehen kurz vor einem furchtbaren Krieg, Captain Hunter. Wie oft sollen wir uns die Nachricht von Zukunftsberry noch anhören? So lange, bis wir sie verstehen. Was dann ja wohl für alle Ewigkeit heißt. Du hast doch hoffentlich niemandem davon erzählt. Nein! Darüber waren wir uns doch einig. Und dennoch könnte ich es mir vorstellen. Martin! Ähm, Sarah! Ähm, was kann ich für Sie tun? Sie haben mich noch nie Sarah genannt. Ich höre immer nur Miss Lance. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Gehen Sie dafür in die Bibliothek. Ich hab da was.